Reicht es jetzt bitte? Was ist die Hülle? Alter! Wie kacke seid ihr denn? Ganz ruhig. Ganz ruhig. Das kann lustig werden. Das fängt doch schon super an. Wie lange spiele ich? Ich weiß nicht. Eine halbe Stunde? Das ist schon die Hülle. Es brennt. Vielleicht ist es besser so. Ostflügel? War ich nicht hier? Ich hab keine Ahnung. Da ist ein Aufzug. Und ansonsten komm ich nirgends so hin. Also... Das ist grausam, wenn man die Menschenstimmen hört. Die verzweifelt sind und wahrscheinlich jetzt alle sterben werden. Und dich nichts machen kann dagegen. Überall sind Necropenhofs. Ist die ganze Sprawl infiziert? Wie konnte das passieren? Der Marker wurde zerstört, Dana. Ich habe ihn zerstört. Wir haben einen Marker zerstört, Isaac. Die Regierung hat einen weiteren gebaut. Auf dieser Station? Warum? Es ist mächtige Alien-Technologie. Und Tide Man will diese Macht. Gehen Sie zur Bahn. Dann bringe ich Sie zur Bahnstadt für einen Kissen. Keier. Dana? Vater. Speichern. Speichern. Ein Baby. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo ist das Baby? Oh nein. Wenn das Baby auch noch jetzt ein Monster wird. Warte mal. Können die Babys zu dem Babymonster werden? Vom letzten Teil? Das wäre grausam. Kann ich ihr helfen? Sie ist tot. Alter, das Spiel ist grausam. Wow, du kleiner Hurensohn. Okay. Das dürfte mich eigentlich nicht wundern, oder? Ich hasse es, ich hasse es. Ich hasse es. Bist im Weg. Hat der jetzt echt an dieser Kammer gewartet, oder was? Ist da gerade was gekrabbelt? Oder habe ich schon... Wer hat jetzt... Halluzination. Yeah! Das macht alles boom. Ich möchte ehrlich gesagt nicht hier lang, ne? Oh Mann! Wer er soll hier? Die hat ja alle zermatscht. Die hat alles alleine... Also die hat ja echt alles alleine aufgeräumt. Ohne Scheiß. Einfach mit ihrem Schwert, Rüstung und zack. Sie metzelt alles nieder. Und ich würde mich hinter ihr verkriechen. Also, rette mich! Halt die Klappe. Wo muss ich überhaupt hin? Die muss auch zu. Energiestörung. Ja, toll. Und jetzt? Was? Was ist das denn? Oh, nicht die. Die kommen ja jetzt schon. Wieso? Kommen die auch hinter mir? Oh, diese Musik. Das klingt wie... Weiß ich nicht. Im Einkaufsstaden. Was? Boah ey, die klingen jetzt, ob die gerade kotzen. Magen-Darm-Virus. So habe ich auch geklungen, wo ich gekotzt habe. Oh mein Gott. Das war nicht mal lustig. Ich dachte, ich sterbe. Mir ist schon im Sitzen schwindig gewesen. Das war die Helle. Oh, ich muss trotzdem noch lang. Aber es ist noch zu. Oder ist es jetzt offen? Ich habe keinen. Das ist das Dead Space. Ja, ich glaube auch. Ist verflucht oder so. Twinkle, Twinkle, Middleston. Äh, okay. Der hat auch mal Störungen. Das ist ganz toll. Das macht das Spiel jetzt noch reizender. Bitte steigen Sie ein. Wir fahren jetzt nach Akihabara. Oder auch vielleicht nicht. Ja. Dann eben nicht. Passt du mir jetzt auch mit dem Scheiß? Alter, du Mistvieh! Ich hasse die. Ich hasse die einfach. Deinfiziere mal alle. Mach mir nur noch mehr Probleme. Oh mein, hat er was für mich. So. Und du hast nichts für mich? Du bist scheiße. Warum habe ich jetzt Hunger auf... Auf dem Dorf? Warum habe ich jetzt Hunger? Du, du. Du, du. Bei Teil 1 war es scheiße. Bei Teil 12 war es zum Kotze. Ach so, echt zum Kotzen. Wirklich. Wir brauchen für jeden einen neuen Insider, ne? Und der dritte ist einfach zum Rülpsen. Ach komm, die hat euch bewegt. Jetzt hört auch zu liegen. Okay. Zum Glück habe ich heute keine Energie getrunken. Ich würde sonst wirklich hier lebendig sterben. Sicher, sicher. Sicher, sicher. Medipack ist... Ach, warte auf. Hacken. Ich weiß doch gar nicht, wie das funktioniert. Ich habe das jetzt richtig gemacht. Ich habe weiß... Hallo? Ich habe keine Ahnung, was ich hier langsam für... Und drücke da... Habe ich doch! Ah ja. Okay. Fährt der Zug? Oh nein. Nicht im Zug. Oh Mann, das war doch klar. Ich konnte mich doch nicht an rennen. Alter! Hör auf! Zeitlupen-Kotze. Ih! Meine Munition ist leer. Jetzt habe ich nur noch diese Dreckswaffen hier. Ach, nicht im Zug. Ich will nicht im Zug sein. Nein. Muss ich weiter? Ja, sehe ich schon. So lange die mir Munition geben, ist alles gut. Huch! Da fehlt ein Abteil! Deshalb klärst du, wie man lebendig stirbt. Das ist gut. Das ist gut. Oh! Nogu-Chan! Kurz in der Pause rein. Oh Gott! Hi! Ich bin mir weg! Geh weg! Da lebt er mal noch! Mastig bequem! Ich kann mit dieser Waffe hier nichts anfangen. Okay. Müssen wir mal sehen. Ich lerne es halt nur in der Praxis hier. Oh mein Ohr! Was zur Hölle! Aiming! Fuck! Oh mein Gott! Ist das The Last of Us-Klau oder was hier? Spaß! Geh ab! Ich muss hier ab! Ach nö, Leute! Mann, das ist doch kacke! Hallo? Ich muss niesen. Warte mal. Okay. Jetzt ist es raus. Entschuldigung. Ach nö. Ich will das nicht. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Alter, wie unfair! Wie unfair! Das ist unfair! Alter! Dankeschön! Ja, jetzt fällt die ganze Sache auf mich. Ja, übertreibt! Übertreibt! Werden die es auch böse? So ein bisschen stück? Wir sind wieder hingekommen. Warten Sie. Es ist nicht die angenehmste Route, aber sie bringt sie zum Wohnbezirk Cassini Towers. Verdammt! Type Man hat ihr Signal wieder. Gehen Sie weiter. Okay. Sie sind denen sehr wichtig, Isaac. Passen Sie auf dich auf. Ich melde mich bei dir. Ja, toll. Du seid doch kacke. Ich will nie mehr. Such erstmal noch Sachen hier. Oh, dann gehe ich weiter. Aber ich finde hier wohl nicht mehr so viel. Leider. Ich kann mit dieser Waffe hier aber nichts anfangen. Mit der hier erst recht nicht. So, okay. Hier ist nichts mehr. Hoffe ich mal. Speichern. Mein liebster Platz. Einfach speichern und dann mal ein bisschen ausmachen und gehen. Was die für Geräusche machen. Was ist denn so helle? Alter, meine Ohren! Die schreien ja. Warum schreien die nicht? Oha, du kleiner. Jetzt verstehe ich die Waffe. Jetzt verstehe ich sie. Aber ich weiß nicht, ob ich mit der Freundschaft nicht schließen werde. Hat schön gebrutzelt. Aber das könnte mich auch umbringen, wie ich mich kenne. Ich höre schon wieder Geräusche. Oh, ist schön hier. Oh. Oh. Das wird bestimmt gleich wieder kaputt gemacht. Diese Plimpermusik soll einen wohl sagen. Ach, hier bist du sicher. Nicht. Ich höre irgendwas. Irgendein komisches Geräusch ist da. Hm. Was? Was zur Hölle? Ich will das Baby. Die sind groß geworden. Oh mein Gott. Alter. Verpisst euch. Verpisst euch. Wie viele. Alter, was ist das für eine Brot? Oh, das... Ich glaube, die verfolgen unsere Signale. Ich glaube, die verfolgen unsere Signale. Babys. Kinder, die mich angreifen.